Mein Gott, nein, das Schöne Grazer Urturm, der Schöne Grazer Schloßberg, hier von der Blick von mir herunter. Auf den Grazer Hauptplatz. Da kommen meine russischen Freunde und die helfen uns mit dem Budget. Hallo, hallo. Hallo, das san ja gar nicht die Russen. Da stimmt irgendwas rein, wenn wir durch die Russen kommen und füllen unsere Budgetlöcher auf. Da haben sie uns extra die Fahnen rein. Einer klingt in mein Büro, die russische Fahne und der österreichische. Jetzt kommt da ganz wer anderer. Hi. Servus, ich bin die Elke, ich bin die Bürgermeisterin von Graz. Ihr seid zäß, schaut's euch vor. Ich bin der König von den Niederlanden, Willem Alexander. Nebst Gattin, maximal. Ich bin eine Kommunistin, ich hab's nicht so mit den Odelshäusern. Aber erzähl's mal, die Niederlande. Das ist für mich schon mal was Neiges, weil ich hab nicht gewusst, heißt das jetzt Holland oder Niederlande? Wir sagen Niederlande, weil das ganze Land ist so nieder, dass wir große Angst haben, wenn das eines Tages das Wasser über die Dämme drüber kommt und das dann aus den Niederlanden wird dann unterwaschen. Und wir sind dann alle dödelig. Und jetzt in Zukunft wollen wir in höhere Regionen übersiedeln. Alle gemeinsam höhere Regionen übersiedeln. Verstehst du? Wir haben ja in Graz den Schloßberg gesagt, den Schloßberg müssen wir jetzt leider veräußern, weil die Schwarzen haben uns ja zwei Milliarden ein Budget hinterlassen. Jetzt müssen wir da ein Geschäft machen. Und der Schloßberg sagt, da kommt kein Hochwasser, kein Klima-Dings kommt da rauf. Also der Vertrag liegt da, zwei Milliarden gehört auch euch, dann könnt's eine Residenz dort machen, wenn's willst. Sehr interessant. Wie von den Kommunisten, wir sind eh nix dafür, dass dort wer wohnt. Also, bitte, unterschreiben wir einfach da, der Vertrag ist auf Russisch, nicht wundern. Aus Gründen, aber, ja, first come, first serve, sagt man, gell? So, William. Willsterm, ja, gut. Wenn's am Wölst kriegst du den Schloßberg. So, bedankt. Ja. So, das heißt, ich bekomme jetzt ein Schloss für das Schloss und kann einziehen. Das Schloss kriegst nicht gleich. Das ist eine Future-Option, da du zahlst jetzt die zwei Milliarden und das Schloss kriegst, wenn Holland unter Wasser steht. Vorher kriegst du das nicht, das geht nicht. Das ist ein bisschen eingelegt. Das heißt, ich muss zuerst zahlen und erst dann bekomme ich das Schloss. Das ist aber nicht fair. Aber du wirst für die Stadtrettung alle Preise bekommen. Alle Preise bekommen für die Stadtrettung, verstehst du? Wir brauchen's Cash. Alle Stadtpreise bekommst du. Aber wir brauchen's Cash, preise bedeuten mir nix. Ich brauch keinen Oscar, ich bin die LKK. Was? Was? Oscar gegen der André. Wer? Ah, Champagne! Sieh, was, mein Freund? Ah, meine Lieblingsschauspieler, von dem ich aktuell keinen einzigen Filmtitel kann. Er macht nix, gar verschüttete Milch. Du, was verschafft ihr die Erre? Ich bin ein Fan von dir. Da, schau her, hab ich da mitgebracht. Das ist einer von meinen zwei Oscare, die, was ich gewonnen hab mit meiner Schauspielerei, mit meiner Schauspielsucht, möchte ich fast sagen. Was ist denn? Das ist eine Spielsucht, was ich hab und bei dir is a gut aufgekommen, weil du hast den Putin ordentlich reingehaut in die Duschen. Aber das kann ich doch net annehmen. Das kann ich net annehmen. Das kannst annehmen, dass ich das ernst mein. Ah, Jean-Ben, Ben-Jean, du bist so ein bescheidener Mensch. Wir haben uns gedacht, wir bedanken uns bei dir. Hier, wir haben dir etwas gemacht. Schau hier, auf der Straße von Kiew, dieses Schild. Herr Schleuchte, das ist aber jetzt net der Ernst. Das ist für dich. Da kriegst jetzt zwei Mittelfinger von mir. Ich geb dir meinen Oscar. Und du gibst mir so ein Schüdel, so ein Blechschüdel, wo du meine Unterschrift fälscht. Ich bin auf deiner Seite im Herzen, aber den Oscar, den nehm ich wieder mit. Ja, das war jetzt der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist das halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.